Mich persönlich verbindet mit Safer Internet, dass ich als zertifizierte Trainerin Workshops für Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrende für Safer Internet abhalte. Es ist mir ein Anliegen, mehr Medienkompetenz unter die Leute zu bringen. Mich begeistert an der Plattform www.safer-internet.at, dass sie aktuelle Infos zu allen relevanten Themen, die die sichere und kompetente Nutzung des Internet betrifft, bietet und den Großteil davon unter einer freien Lizenz. Safer Internet ist eine Initiative, die sich um die sichere Nutzung des Internet bemüht. Unter www.safer-internet.at können viele Materialien abgerufen werden, die alle unter einer freien Lizenz stehen. Um das zu überprüfen, schauen wir uns gleich als erstes einmal das Impressum an. Hier sieht man, dass alle Texte auf der Webseite unter einer freien Lizenz zur Verfügung stehen. Auch die Broschüren, die Safer Internet erstellt, hier im Broschüren-Service. Wir überprüfen es anhand einer Broschüre aktiv gebenden Cybermobbing. Auch diese ist unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung. Hier ersichtlich. Und als letztes schauen wir uns auf der Videoseite von Safer Internet an. Auch hier sind insbesondere die Videos, die hochgeladen wurden und selbst erstellt wurden. Und hier kann man unter mehr Anzeigen auch ersehen, dass auch diese Materialien oder dieses Video unter einer CC, unter einer Creative Commons Lizenz stehen. Also wie gesagt, Safer Internet Materialien sind unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht und warten darauf, dass Sie sie nutzen. Franz? . Untertitelung des ZDF, 2020